Guten Morgen, Hänsel. Guten Morgen, Beetli. Gibt es etwas Neues in der Zeitung? Unsere Gesellschaft Staffelbach hätte ein Jahr ein Konzert. Und das soll etwas Neues sein? Die machen eigentlich alle Jahre ein Konzert. Aber dann wollen wir etwas Spezielles. Kann jetzt an einem Jahreskonzert einer Musik speziell sein? Es ist ein Konzerttheater. Ein Ermittaler reist in die Karibik. Das sind ja wir zwei! Das ist lustig, wann ist es? Am 27. Februar 2015. 27. und 28. Februar. Das geht nicht. Dann liegen wir in der Karibik. Am fein körligen Sandstrand. Und lassen wir uns gut gehen lassen. Aber Riff, es hat sich eben schon aus dem Urlaub hierbleiben. Nachtessen? Vom halb siebten bis am halb acht. Weisst du, da gibt es sicher etwas Wehrkraft zu tun. Also, der Karibik gibt es, denke ich, auch etwas zu essen. Und wir werden, denke ich, da so halb nackt in Schnittern auf der Bühne rumlaufen. Das ist ja gar nichts für dich, oder? Du! Aber zeigst mir jetzt hier gleich mal. Was ist jetzt da so besonders? Also, Musikgesellschaft Staffelbach präsentiert das hyper super spezielle Konzerttheater. Ein Ermittaler reist in die Karibik. 27. und 28. Februar. Konzert beginnt 20 Uhr. Ich sage es ja. Ja. Fertig. Wir gehen jetzt in die Karibik. Muss das sein? Natürlich!